Es ist mal wieder soweit, es ist ein Herbstloch und mir gehen die Ideen für neue Videos aus. Es ist also mal wieder Zeit, dass meine Freundin dafür herhalten muss. Aber passt thematisch auch irgendwie rein, denn immer noch sind fast alle von euch männliche Zuschauer und das Thema Finanzen für Frauen ist immer noch unterrepräsentiert. Aber warum ist das eigentlich so? Es gibt doch eigentlich gar nicht so große Unterschiede beim Thema Finanzen, wie Frauen oder Männer das Ganze angehen sollten. Aber wie wir alle wissen, ist das Thema ja dann doch auch irgendwie individuell. Viele verschiedene Strategien und Wege führen nach Rom zum Ziel des Vermögensaufbaus. Heute seht ihr auf dem Kanal mal einen ganz anderen Weg und zwar den von meiner Freundin. Was hat sie für einen beruflichen Background und Tipps und Tricks hierzu? Wie generiert sie ihre Einnahmen und wie handhabt sie es mit den Ausgaben? Und dann natürlich auch interessant, wie viel Vermögen konnte sie bisher aufbauen? Wie sieht die Asset Allocation aus und wie die Sparplanaufteilung? Wir gehen rein und ich sage an der Stelle schon mal Tschüss. Und wie immer noch am Anfang, das hier ist alles keine Anlageberatung und ihr könnt gerne noch ein Abo dalassen. Und die Glocke anmachen, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Vorab erstmal ein paar Worte zu mir. Ich bin im Süden von Deutschland aufgewachsen. Meine Familie war eher handwerklich geprägt und deshalb habe ich mir zunächst auch überlegt, ob es vielleicht in so eine Richtung gehen sollte. Als ich dann aber Abitur gemacht habe, habe ich mich dann dazu entschieden, ein Studium als erstes in der Familie zu beginnen. Ich war mir nicht ganz schlüssig, in welche Richtung es gehen sollte, aber bei BWL habe ich mir einfach noch relativ viele Optionen offengelassen und habe mich dann deshalb dafür entschieden. Was ich aber wusste, ist, dass ich später eher in ein Industrieunternehmen gehen möchte und nicht unbedingt in die Forschung oder in die Beratung. Und bei der Größe des Unternehmens wollte ich auch wohin gehen, wo ich viele Möglichkeiten habe, auch vielleicht international zu arbeiten. Und deshalb habe ich mich dann auch für einen Konzern entschieden. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum entschieden. Ich habe mich generell für ein duales Studium entschieden, wobei man eben einen Unternehmenspartner sich vorher aussucht. Es gibt zwei verschiedene Arten des dualen Studiums. Einmal das ausbildungsintegrierte duale Studium, wo man eben noch eine Ausbildung nebenbei macht. Und dann gibt es noch das praxisintegrierte duale Studium, wo man eben sozusagen Praktika macht und dann auch studiert. Das kann man sich dann so vorstellen, dass man zum Beispiel drei Monate studiert und dann drei Monate beim Unternehmen vor Ort arbeitet und so eine Art Praktikum absolviert. Also zum einen war für mich sehr wichtig, dass man gut die Möglichkeit hat, ins Ausland zu gehen und der Partner auch viele Möglichkeiten hier bereitstellt. Und auch vor allem, dass man immer einen regelmäßigen Praxisbezug hat zu dem, was man eben in der Uni lernt. Und sehr wichtig war mir eben auch, dass man am Ende eine Übernahme häufig hat oder zumindest die Möglichkeit einer Übernahme, weil mit BWL ist es halt manchmal schon sehr schwierig, vielleicht auch danach einen Job zu finden. Und natürlich, was auch sehr vorteilhaft ist, dass man während dem gesamten Studium und auch während der Studienphasen an der Uni Gehalt hält. Natürlich hat es auch seine Nachteile. Also zum einen muss man sich schon relativ früh festlegen, in welches Unternehmen man halt geht. Und man hat auch jetzt nicht ein klassisches Studentenleben. Aber meiner Meinung nach überwiegen die Vorteile. Aber man muss halt für sich persönlich, glaube ich, auch abwiegen, in welche Richtung man gehen möchte. Also ich war sehr begeistert vom dualen Studium, kann das absolut empfehlen, würde es aber persönlich nur machen bei einem großen Unternehmen, was einem auch gute Chancen gibt in Bezug auf Auslandsstationen, Möglichkeiten, verschiedenste Abteilungen zu sehen und vor allem auch ein Unternehmen, wo man danach sich vorstellen könnte, zu arbeiten. Nach dem Bachelor kann man natürlich noch einen Master machen. Das duale Studium an sich endet mit einem Bachelor. Aber manche entscheiden sich danach dafür, nochmal Vollzeiten-Master zu machen oder auch berufsbegleitend noch anschließend einen Master zu machen. In meinem Fall habe ich mich dann dafür entschieden, weil ich eben im Job bleiben wollte. Der eine oder andere hat sogar auch schon nach dem dualen Studium am Ende einen Doktor gemacht, wobei ich das jetzt aktuell für mich erstmal nicht in Erwägung ziehe. Soviel mal zu meinem Werdegang. Jetzt gehen wir mal zu meinen Einnahmequellen. Mein Fokus liegt hierbei hauptsächlich auf dem Humankapital. Das heißt, ich fokussiere mich auf meine Karriere und sehe, das ist meine Haupteinnahmequelle. Zusätzlich habe ich noch ein paar Kapitalerträge, wobei die, wie ihr hier sehen könnt, wirklich überschaubar sind. Hier könnt ihr auch sehen, dass meine Haupteinnahmequelle mein Gehalt ist. Also ich verdiene aktuell ca. 7000 Euro brutto im Monat und das macht eigentlich auch den Großteil meines gesamten Einkommens im Monat aus. Hier könnt ihr auch mal ein bisschen meine Gehaltsentwicklung sehen, also dass ich halt mit meinem Gehalt im dualen Studium angefangen habe und mich dann über die Jahre hinweg jetzt nach und nach gesteigert habe. Und das sollte auch noch so weitergehen. Also ich habe aktuell einen Entwicklungsplan, der auch vorsieht, dass ich weiterhin so eine Steigerung mitnehme und dann bei etwa 116.000 Euro in zwei Jahren bin. Ich bin jetzt kein Karrierecoach, aber aus den letzten Jahren, wo ich ein bisschen Erfahrung sammeln konnte, würde ich euch gerne noch ein paar Tipps mitgeben. Man würde meinen, ich bin der totale Überflieger, aber es liegt eigentlich eher an dem Umfeld und dem gesamten Ecosystem, in dem ich mich befinde. Zum Beispiel zahlen große Konzerne tendenziell wesentlich mehr als der Mittelschwand. Oder gewisse Branchen wie beispielsweise Pharma auch besser wie Handel. Viele Mitarbeiter sind tendenziell auch besser wie wenige Mitarbeiter in Bezug auf Gehalt und andere Benefits. Natürlich kommt es auch aufs Unternehmen an sich an, also ein wachsendes Unternehmen, was viele Mitarbeiter einstellt, ist häufig natürlich auch besser wie ein Unternehmen, was jetzt in einer eher schwächeren Branche agiert. Beispielsweise bei einem Mittelständer mit 200 Mitarbeitern für Zulieferteile im Dieselbereich gibt es meistens weniger Gehalt als bei einem Konzern im DAX oder eben auch in einer bestimmten Branche, wie beispielsweise Pharma oder Automobil. Um nochmal auf dieses Thema Ecosystem zurückzukommen, im Folgenden seht ihr jetzt auch gleich, wie hoch eigentlich die Gehälter wirklich in diesen Bereichen sind, die wir gerade besprochen haben. Hier seht ihr mal eine Tabelle als Beispiel von der IG Metall, wo man eigentlich schon sehen kann, wo man als Student zum Beispiel einsteigt, also nach dem Studium, etwa mit IG 9 oder IG 10 häufig. Und diese Zahlen werden dann auch noch mit mal 14 multipliziert häufig aufgrund von Boni oder Weihnachtsgeld. Und es gibt einige Unternehmen, die eben diese Gehälter zahlen, wie beispielsweise BMW, Siemens oder Bosch. Oder auch hier sieht man eine Tabelle der IG BCE im zum Beispiel Pharma-Bereich. Firmen wie Roche oder Novartis zahlen nach diesem Gehaltsband. Und hierbei steigt man mit E11 ein. Und dann wird eben auch wieder mit zum Beispiel mal 14 multipliziert. Wenn man dann einmal im Konzern drin ist, hat man eine sehr gute Baseline und kann dann Tariferhöhungen beispielsweise mitnehmen, kann aber auch bei einem großen Konzern gut mal die Stelle wechseln und dann eben auch Stufen springen. Es ist also nicht unbedingt die Schwierigkeit, bei einem Konzern ein gutes Gehalt zu erlangen, sondern eher auch, dass man überhaupt erst mal reinkommt. Generell macht es aber auch durchaus Sinn, mal den Job zu wechseln oder auch das Unternehmen zu wechseln, weil hier eben doch die allergrößten Gehaltssprünge drin sind. Generell ist der Durchschnitt in Deutschland, dass man alle vier Jahre seinen Job wechselt, aber ich würde in jungen Jahren fast sagen, dass man noch häufiger wechseln sollte. Und ich habe auch zum Beispiel alle zwei Jahre den Job gewechselt. Ich habe auch gemerkt bei Bewerbungen, dass es vorteilhaft war, dass ich schon relativ viel gesehen habe und noch häufiger eben mal gewechselt hatte und nicht nur eine Stelle eben gemacht habe. Natürlich sollte man auch eine gewisse Flexibilität aufweisen, also zum Beispiel in Bezug auf die Arbeitszeiten oder in Bezug auf den Job an sich, was man macht und aber auch natürlich in Bezug auf die Location. Natürlich ist es auch sehr wichtig, dass man sich eben ein Netzwerk aufbaut und nicht nur viele gute Dinge macht, sondern auch wirklich darüber spricht. In Bezug auf Gehalt muss man auch proaktiv pushen, also man muss regelmäßig eben danach fragen und kann nicht einfach nur darauf warten, dass der Chef auf einen zukommt. Und generell sollte man vielleicht nicht nur sich auf Gehalt fokussieren, sondern auch, was gibt es für Entwicklungsmöglichkeiten oder was gibt es für Entwicklungspläne in Bezug auf Gehalt. Aber auch vielleicht weitere Benefits kann man verhandeln, wie beispielsweise Homeoffice. Eine Karriere sollte man wahrscheinlich eher strategisch planen, heißt, man sollte vielleicht auch einfach mal vielleicht eine Gehaltseinbuße mitnehmen, wenn man vielleicht mehr Verantwortung dadurch erhält oder vielleicht mal im Ausland dafür arbeiten kann oder auch mal ein anderes gutes Unternehmen dadurch sehen kann. Und was auch wirklich sehr, sehr wichtig ist, was viele unterschätzen, aber ich durch mein duales Studium schon relativ gut lernen konnte oder musste, ist, dass man seine Steuer wirklich macht, weil man wirklich viel absetzen kann und sich da wirklich regelmäßig viel Geld zurückholen kann. Und deshalb macht's eure Steuer. Soviel zu meinen Einnahmen und jetzt mal kurz zu meinen Ausgaben. Generell ist meine Strategie, dass ich priorisiere in Bezug auf meine Ausgaben, heißt, manche Themen sind mir sehr wichtig, wie beispielsweise Reisen oder auch Essen gehen und da spare ich auch wirklich nicht. Andererseits gibt's auch Themen, die ich absolut depriorisiere und nichts oder sehr wenig dafür ausgebe, beispielsweise wie kein Auto oder auch nicht wirklich Technik. In Summe gebe ich im Durchschnitt im Monat ca. 1750 Euro aus. Separat davon sehe ich die Kosten für meinen Master. Da ich das als Investment sehe, der hat in etwa 15.000 Euro über zwei Jahre hinweg gekostet. Im Folgenden nochmal ein paar Tipps von meiner Seite aus zu diesem Thema. Jeder sollte für sich selbst entscheiden, was sind Prioritäten und bestimmte Sachen festlegen, wo man eben gerne Geld dafür ausgibt, aber auf jeden Fall auch Dinge, wo man eben Einsparungen treffen muss. Vor allem in jungen Jahren muss einem aber auch klar sein, dass vor allem die Sparrate wichtig ist und nicht unbedingt Geld für einen arbeitet. Das habt ihr ja auch vorhin zum Beispiel an meinen Depoterträgen gesehen. Deshalb ist auch der Weg zu den ersten 100.000 auf jeden Fall hauptsächlich durch die Sparrate geprägt und aufgrund dessen muss man auch wirklich das Thema bis dahin sehr stark priorisieren. Außerdem muss man natürlich aufpassen, dass wenn das Einkommen stark ansteigt, man nicht gleichermaßen die Ausgaben ansteigen lässt. Die sogenannte Lifestyle-Inflation ist ein ziemliches Problem, weil man dadurch natürlich dann wieder seine Sparrate verringert und die nicht dementsprechend steigern kann. Mein Tipp ist also, natürlich können die Ausgaben gewissermaßen auch steigen und man kann sich natürlich ein bisschen mehr was gönnen, aber man muss auch schauen, dass man seine Sparrate regelmäßig dann auch erhöhen kann, wenn das Einkommen auch eben steigt. Es geht natürlich dabei aber nicht nur um Vermögensaufbau, sondern dass man einfach eine Sicherheit oder beziehungsweise einen Sicherheitspuffer sich schafft. Zum Beispiel, wenn man mal eine längere Reise planen möchte oder auch natürlich, wenn man Kinder bekommen möchte und vielleicht dann in Teilzeit gehen möchte. Aber natürlich kann es auch ein guter Safety-Puffer, sage ich mal, sein, wenn man zum Beispiel mal arbeitslos werden sollte oder wie jetzt in Corona mal in Kurzarbeit gehen muss. Soviel erstmal zu meinen Ausgaben und jetzt gehen wir mal in meine Investmentstrategie. Dadurch, dass ich ja schon seit dem dualen Studium Geld verdiene, habe ich eigentlich schon angefangen, mit 19 Jahren zu investieren und habe jetzt auch dann knapp zehn Jahre Anlagehorizont dann schon hinter mir. Generell erstmal ein paar Rahmenbedingungen. Zunächst mal habe ich mich wirklich auf das Thema Humankapital fokussiert, wie schon gesagt, beispielsweise mit dem Master. Ich habe relativ wenig Zeit oder vielleicht auch eher wenig Lust, mich mit dem Thema sehr intensiv zu beschäftigen und außerdem würde ich mich auch generell eher als risikoavers bezeichnen. Das spiegelt sich auch gut in meiner Asset Allocation wieder, die wir uns jetzt gleich mal anschauen. Wie ihr seht, ist der Großteil meines Vermögens investiert in ETFs? Ein kleinerer Anteil, vor allem am Anfang noch von Einzelaktien und dann noch ein paar kleinere Boxen, zum Beispiel in Kryptowährungen. Beim Thema ETF investiere ich in ein relativ standardmäßiges Weltportfolio. Ganz klassisch habe ich den Split bei circa 70-30, heißt circa 2.000 Euro in den MSCI World und circa 1.000 Euro in den MSCI Emerging Markets. Beim Thema Einzelaktien habe ich relativ bekannte Titel, zum Beispiel NoWinorDisk oder Google oder Bayer und habe diese vor allem am Anfang meiner, ich sage ich mal, Investmentkarriere gekauft. Ein paar Ausrutscher waren auch schon dabei, wie beispielsweise Wirecard und das ist ein weiterer Grund, warum ich jetzt eigentlich nur noch in ETFs investiere. Im Bereich Krypto habe ich primär Bitcoin und Ethereum. Wie ihr seht, habe ich nun mittlerweile endlich mein Ziel erreicht und über 100.000 Euro Vermögen aufbauen können. Man könnte sich jetzt fragen, warum ich kein Gold, P2P-Kredite oder Immobilien habe. Aktuell fokussiere ich mich auf ETFs, auch allein wegen dem Aufwand, der damit in Verbindung steht, also der nicht vorhandene Aufwand. Aber ich würde nicht ausschließen, dass ich auch in der Zukunft vielleicht mal in Immobilien kaufe oder in andere Assetklassen investiere. Anbei jetzt noch ein paar Tipps aus meine Erfahrungen der letzten Jahre. Auf jeden Fall ein Tipp, früh anfangen, auch mit Kleinsummen. Zum Beispiel im dualen Studium hatte ich teilweise nur 100 Euro im Monat investieren können, habe aber einfach mich schon mit dem Thema auseinandergesetzt und ein Gefühl dafür bekommen. Meiner Meinung nach hat dieses wirklich aktiv viel damit beschäftigen manchmal gar nicht so einen wirklichen Vorteil. Auch dieses aktive Managen von einem Depot führt meiner Meinung nach nicht wirklich mehr zum Erfolg. und deshalb sollen sich Frauen auch nichts denken, wenn sie sich vielleicht nicht so sehr dafür interessieren, weil sie im Endeffekt vielleicht manchmal sogar mehr rausziehen können und sich auch auf jeden Fall nicht irgendwas aufschwatzen lassen sollten, weil im Endeffekt kann man da auch eine sehr simple Strategie ohne viel Aufwand fahren. Und zum Schluss muss ich noch mal ein paar Worte leider zu einem anderen Thema loswerden. Zunächst einmal sehe ich eigentlich keinen Unterschied zwischen den Finanzen für Männer und für Frauen. Dennoch gibt es sehr viele Coachings, die speziell auf Frauen ausgerichtet sind und Frauen sind sich vielleicht ab und zu eher unsicher oder wollen sich nicht so damit beschäftigen, aber das ist natürlich ein gefundenes Fressen an dafür. Aber warum spreche ich das Thema Frauen und Männer nochmal so explizit an? Eigentlich hauptsächlich wegen dem letzten Interview, weil es sehr viele gehässige Kommentare in diese Richtung gab. Die Zeiten haben sich geändert und die klassischen Rollenbilder oder beziehungsweise auch die sehr klassische Aufteilung ist nicht mehr so vorhanden in unserer Generation. Das heißt, das Thema Finanzen ist nicht mehr nur Männersache, weil auch Frauen arbeiten gehen und auch Männer teilweise in Teilzeit gehen und in Elternzeit gehen. Und in dem Zusammenhang gab es auch viele Kommentare, dass die Sparquote ja wahnsinnig runtergehen wird und ähnliches. Aber im Endeffekt ist es ja auch in Ordnung, dass vielleicht die Sparquote dann mal runtergeht, heißt aber, dass sie auch wieder mal hochgehen kann und man auch trotzdem weiterhin Vermögen aufbauen kann. Um es nochmal kurz zu machen, an alle Frauen vor allem, kümmert euch um eure eigenen Finanzen, egal in welcher Lebenssituation ihr seid. Es ist spätestens dann für die Altersvorsorge ein wirklich wichtiges Thema. Und jetzt nochmal ganz zum Schluss, wo möchte ich eigentlich hin und was sind meine finanziellen Ziele? So ein genaues, bestimmtes Ziel habe ich eigentlich gar nicht, sondern eher die Flexibilität, die dadurch ermöglicht wird. Also, dass man zum Beispiel mal früher in den Ruhestand gehen kann oder auch mal in Teilzeit möglich ist oder auch generell, dass man diese finanzielle Absicherung einfach hat. Wenn ich meinen aktuellen Stand mal in so einen Rechner eingebe und dann schaue, wie viel ich bei der Rente habe, dann kommen da schon echt beachtliche Summen bei raus. Und ich finde es auch wirklich interessant, wenn man jetzt in so einen Rechner eingebt, weil man auch sieht, auch mit 40 oder mit 50 sieht man schon sehr, sehr gut, wie stark das Vermögen eigentlich ansteigen kann. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man eben sich dreieinhalb Prozent pro Jahr eben auszahlen kann von dem Vermögen, kann man sich schon ein sehr gutes Nebeneinkommen eben dadurch dann aufbauen. Und das könnte eben auch meinen großen Traum von einem Sabbatical ermöglichen oder auch, wie gerade schon angesprochen, dass man mal früher zurücktreten könnte. So viel erstmal zu mir. Ich hoffe, ihr fandet meinen Werdegang interessant, konntet daraus etwas mitnehmen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Musik 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 Musik